ja hallo mein name ist andreas fritz und willkommen zu einer neuen partie of world trading company seit dem letzten mal hat sich ein bisschen was geändert das so und zwei neue versionen released in denen mehr oder weniger bugfixen betrieben wurde und ein bisschen an dem an der künstlichen kai also der kai verarbeitet wurde zum beispiel bauen kauft jetzt nicht ständig die eigenen aktien auf so dass man dann gleich weg ist sondern die macht jetzt zwischendurch pause und man kann jetzt sogar schon diverseste sprachen auswählen also zurzeit ist es noch auf englisch aber es gibt auch schon deutsch und leedspeak leedspeak wird dann halt alles ein bisschen komisch deutsch gibt es auch schon aber wie man hier schon sieht sind die pop ups noch nicht auf deutsch und wenn man dann im menü weiter runter geht wird es dann wieder in englisch so denke ich mal noch ein paar versionen weiter und komplett synchronisiert aber dann gehen wir wieder zurück und spielen am besten unsere Kampagne weiter so jetzt mal gucken was ich machen kann ich hab die solar flare und das storm nehmen wir mal die und dann kriegen wir noch ein bisschen unsere ja mal ein paar upgrades so und was braucht man nehmen wir mal eine windturbine und noch eine die macht dann mehr strom und der elektrolyse reaktoren da wird dann noch um 30 prozent besser aber ich denke mal das braucht man nicht wenn wir noch zwei eiskondensatoren dann sind die bei 30 prozent und dann legen wir mal los so so mal hier so mal hier na hier ist vier Wasser noch mehr Wasser na gut dann um und gleich mal hier 3 team reporting wir haben es ist ein liefer ein ein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 müssen und zu den Bier Schaumobb sie nicht so aus dann wird wie man das ist am besten wäre so ein geothermie, aber das gibt's nicht verdammte Axt so, dann zeigen wir mal bisschen Strom und machen wir ein bisschen leiser jetzt wird's nämlich gleich dunkel ja noch 38 Sekunden und jetzt machen wir Schulden was ist das hier für eine thinking machine Skivenger Scientific, okay dann bauen wir noch ein zweites das ist das 24 268 aber auch mal das, weil dann kriegt das ja auch noch mal 50% mehr und Booyah so, wie sieht es aus das werden wir dann als nächstes upgraden wenn wir genügend Geld haben so hat sich doch gelohnt so Essen wird knapp ach wisst ihr was, verkaufen wir gleich mal ein bisschen Essen sobald's hoch genug ist so hier ist nicht so 5000 5000 hier warte mal, das wird mehr verkaufen machen wir mal upgrade dann Essen noch mal ein bisschen nochmal ein das brauchen wir nicht dann was brauchen wir hier Aluminium Stahl das war jetzt irgendwie Eisen bevor es mir einer weg schnappt und naja da haben wir noch ein bisschen was so ich auch und Stahlwerk so was brauchen wir für die Dinger Carbon noch ähm den haben wir ja auch irgendwo ne ja nicht viel gibt's nicht noch größere vier ne 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 gut bauen wir es hier hin so warum habe ich jetzt Carbon gekauft? ach ja wegen den Windrädern nicht mehr nicht mehr auch noch ein bisschen Aluminium ist schön teuer 9000 die Mauer runter wunderbar wunderbar ach ja so dann ärgern wir mal den anderen und nuken den mal ein bisschen essen weg nein das Essen weg nein mir recht doch alles jetzt funktioniert anscheinend ist jetzt alles irgendwie weg ah nein so 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 wie du mir so ich dir ja hups Stahlhammer Upgrade wird auch immer billiger ist nachverkaufen was man ziehen und dann machen wir ein upgrade so und noch eins so eins zwei jetzt fehlt uns das kaum und das Geld und noch mal ein bisschen Wasser und auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Benzin Läuft da die Produktion jetzt wie viel ein bisschen was ach wisst du was ja großartig gut dass ich noch ein bisschen Wasser habe das passt alles noch Wasser wird wieder erzeugt super ja wir sind essen verkaufen so was brauchen wir denn mann 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 ist hier was los Wasser kommt dann machen wir als nächstes das und bauen uns noch ein bisschen Glas Sauerstoff ist auch billig Wasser gekauft wie brauche ich da 11.000 hm 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 Stahl 12.000 und da bauen uns noch ein zweites Stahlwerk in dem wir uns hier so ein Ding kaufen so und dann fangen wir an am besten die Unterricht aufzukaufen da ist noch Wasser 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 wobei wir gränen erstmal ab und dann kaufen wir auf so Stahl wächst hm 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 so Solar Flare was kann der denn was kann der denn ah warte mal wo ist denn der grüne ist jetzt noch nicht so als nächstes pack mal den hier oben und die Energie weg dann soll auch mal zusehen der Mann mit hat er eigentlich gar keins wo wasser ist billig öh wird billiger teurer und ich hab tonnenweise Wasser gut Stahl läuft und ich hab die schrift m 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 1 klar ist es war die Bewerbung ist zwei Glasfabriken war immerhin noch ein Stromerzeuger Sack es sollte reichen aus gezeichnet Silizium ist da Glas wird erzeugt ich brauche neun ich brauche neun ich brauche neun so ein bisschen hier verkaufen bisschen da bisschen dort das ein bisschen und das und dann legen wir mal los naja da habe ich noch genug größere Serben zack Punkt Nummer 1 meins ich brauche ich kann abreden so das kann ich bauen was brauche ich da Fuel und Carbon dann bauen wir ein Fuel Ding das kommt da hin dann Carbon Alter der hat mein Ding weggesprengt Penner Carbon Essen noch und dann dann sollten wir sollten wir die bauen können was ist das gut gut ein Fuel sieht gut aus obwohl wir brauchen wir noch ein zweites so und ein Kraftwerk Ding noch dann sie alle zufrieden und wir können weiter verkaufen Stein ich kaufe erstmal den Silizium billig das auch billig Wasser so bisschen hiervon noch dann Kopen den mal und Stahl ist auch billig können wir noch mal kaufen so habt ihr Geld ne der hat kein Geld aber der hat Schulden das hier ist nicht ich ich die 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 verkaufen wir mal ein bisschen Glas noch ein bisschen essen kommen wir hier den nächsten Punkt ich würde mal sagen es läuft gleich können wir noch einen es sind Hagen stehen hier unten da kann ich noch nicht das bringt nichts das ist nichts wert Chemie Anteile das bringt auch nix Carbon um in ihrem P mit auch noch genügend gut dann geht es der Preis hier hoch und wir können das teuer verkaufen oder halt teurer mann 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 die Länge ganz schön in den Zeug so so brauchen wir nicht mehr brauchen wir nicht mehr so der bald bist du mein hier und ich hier ein und zwei und vierzig nun bräuchten wahrscheinlich ein bisschen mehr mehr Prober nicht wenn der Weg wieder aufgekauft Nächster Punkt. Und 17.000. Drei. Gut. Bald gehörst du mir hier. Ah, der hat schon Hacker Rake. Mit dem Hacker Rake kann man zum Beispiel die Preise von den Dingern hier beeinflussen. Einmal nach oben, einmal nach unten. Muss dafür aber Chemikalien zahlen. Oh, sowas will ich haben. Und dann Schein hat das gerade gemacht. So. Verkauf mal. Verkauf mal. Ne, das lassen wir noch. Verkauf mal. Boom. Dann verkauf mal hier eine. Na. So. Und meine es ist. Dann. Schauen wir mal, was haben wir denn. So, machen wir den. Dreimal mal den Preis von dem noch höher. Stahl. Stahl. Naja. Ne, ne, jetzt machen die auch voll Arbeit. So. Auch meins. Kann der mal aufhören. Ist ja lächerlich. Verdammte Piraten. Aber das wirst du mir schon büßen, indem ich dich einfach kaufe. Und ich kaufe dich noch mal. Und ich verkaufe Wasser. So. Ach je. So. So. So, muss er aber lange wieder hell werden. Ah, es wird hell. Boah, Alter, kann der mal aufhören? Ist die Kenia auch ihr Stress verursachen? So, das ist... So. Glas shortage, uh, Glas shortage. Ja, das kann ich immer gebrauchen. So, das hast du jetzt davon. So, gleich... gehört er mir. Und wir erforschen mal bessere... Äh, wie heißt das Zeug auf Deutsch? Benzinproduktion. Was ist das hier? Ah, Close Tap. Hm, du hast immer noch kein Geld. Wie sieht's nicht bei mir aus? Base, Total Value, 1,8. Ah, nicht mal die Hälfte, Junge. Hm, der Stahlbereich steigt schon mehr. Das könnte ich ja eigentlich auch machen. Mehr Stahl. So, dann machen wir das wieder zu. Verkaufen ein bisschen Wasser noch. Ein bisschen Sauerstoff. Und... Jep. Kaufen den letzten... Oder vorletzten. Was, 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 was? Ah, das wäre super, wenn der mir jetzt... Ah, wo ist das? Hier unten? Hier unten. Reparieren wir's. Gut. Dann das. Und das Spiel ist... Gewonnen! Hm. So. War ja jetzt mal erfolgreicher als die letzte Male. So. Da hab ich meinen verkauft, den anderen aufgekauft. Dann ging's wieder steil nach oben. Ach ja, den Award Tab haben sie auch ausgeblendet. Der kommt erst dann wieder, sobald's irgendwelche Awards für dieses Spiel gibt. Und... Zack, boom, peng! So, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal spielen wir dann weiter. Und vielleicht kommt da zwischendurch auch eine neuere Mission. Oder die Übersetzung auf Deutsch wird ein bisschen besser. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Über Kommentare, Daumen würde ich mich freuen. Schau doch meine anderen Videos. Und ich wünsche noch einen schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Fritz. Und ich tanfisch. Und ich bинter es wieder ans Open proved. Und ich denke ja muss ein bisschen spanning für Schle over, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020